Diese kleine Schalker Farm ist nicht nur super einfach zu bauen, sondern auch noch recht produktiv und hat in meinem Tester eine Stunde lang gegenüber zwei Stacks Items produziert. Das Schöne an dieser Farm ist außerdem, dass man sie auch noch sehr leicht erweitern kann. Wenn das also nicht genug Items sind, dann kann man einfach in jede Himmelsrichtung genau dasselbe bauen und dann bekommt man natürlich auch direkt deutlich mehr Items. Die Items, die man für diese Farm zum Bauen braucht, siehst du hier gerade eingeblendet, wobei die Baublöcke, also der Smooth Stone vor allem, relativ egal sind. Dafür könnte man auch andere Sachen benutzen. Auch das Material, aus dem die Knöpfe sind, ist total egal, dafür kann man auch wieder alles mögliche benutzen. Und außerdem braucht man zusätzlich nochmal einige Items, um die Schalker herzubekommen. Das bedeutet, man muss eine Minecart-Strecke bauen. Man braucht also entweder Blöcke oder Rails auf jeden Fall und natürlich auch Minecarts, um die Schalker dann hier zur Farm zu transportieren. Ich baue die Farm heute übrigens in der Bedrock-Edition und in der Java-Version würde sie nicht funktionieren und das Farm-Design stammt von Prowl 8.4.1.3. Das erste, was wir für diese Farm jetzt tun müssen, ist es uns einen Ort zu suchen, wo wir das Ganze bauen und das machen wir am besten im End und zwar in der Nähe von einer End-City. Falls ihr nicht wisst, wie man ins End kommt oder so eine End-City findet, da habe ich schon mal Tutorials zu gemacht. Die verlinke ich euch mal in der Beschreibung. Und wenn wir jetzt eine gefunden haben, dann halten wir einfach ein bisschen Abstand, wie zum Beispiel hier und suchen uns eine einigermaßen flache Fläche und hier können wir jetzt anfangen, die Farm zu bauen. Als erstes würden wir dafür jetzt eine Doppelkiste platzieren. Hier landen später die Items drin und dann würden wir einmal sneaken, also Shift drücken und dann hier drauf einen Trichter setzen. Ohne das Sneaken würde man nämlich einfach nur die Kiste öffnen und könnte keinen Block platzieren. Und dann würden wir auch nochmal sneaken und daneben einen Glasblock setzen. Das ist jetzt nämlich wichtig, damit wir die Kiste nach wie vor öffnen können, würde man stattdessen einen anderen Block benutzen, würde das Ganze nicht mehr aufgehen. Und wenn wir das gemacht haben, nehmen wir einmal unsere Baublöcke und würden jetzt von dem Trichter aus wieder Shift drücken und dann zwei Blöcke in jede Richtung gehen. Das bedeutet hier entlang, auch in diese Richtung und auch in diese Richtung. Und hier vorne haben wir schon einen Glasblock, das bedeutet hier muss nur noch einen Block hin. Als nächstes würden wir das Ganze jetzt einmal auffüllen, das bedeutet hier einmal entlang gehen mit unseren Baublöcken. Und danach haben wir hier nämlich eine schöne Fläche, die ist 5x5 Blöcke groß und sollte so aussehen. Und als nächstes würden wir die jetzt einmal umranden, das bedeutet hier kommt ein temporärer Block hin, der kann dann wieder weg und dann kommt ein Block da drüber eben unsere Baublöcke wieder und damit umranden wir das Ganze einmal. Das ist wichtig, weil wir hier jetzt nämlich Wasser reinfüllen werden und das soll natürlich nirgendwo rausfließen. Und für das Wasser würde ich euch empfehlen, hier einfach nochmal drei Blöcke abzubauen und dann hier zweimal Wasser zu platzieren. Im Survival kann man sich jetzt nämlich aus der Mitte hier immer Wasser rausholen, das ist jetzt eine unendliche Quelle. Wir brauchen hier ein bisschen mehr Wasser. Und was wir dann machen, ist es wieder hier reinzugehen und dann holen wir uns einmal den Wassereimer wieder. Und dann würden wir jetzt einmal in jeder Ecke Wasser platzieren und das sorgt nämlich einfach dafür, dass die ganzen Items, die runterfallen, dann später auch genau in die Mitte getrieben werden zu dem Trichter, der sie dann einsammelt und dadurch landen sie in der Kiste. Und damit wir später auch an die Kiste rankommen, würde man nochmal rausgehen und dann könnte man von hier zur Not rangehen, das würde gehen. Oder man gräbt sich hier einfach nochmal hin, dann hat man ein paar Blöcke, die man hier nur abbauen muss und dann kommt man da auch immer ganz entspannt ran. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir gehen noch einmal auf eine Seite, da ist relativ egal, welche wir benutzen. Also ich nehme jetzt einfach mal diese Seite hier und dann würden wir den ersten Block freilassen und dann hier vorne einen weiteren Baublock setzen, beziehungsweise nochmal sechs weitere, also sieben neue Baublöcke insgesamt hier in diese Richtung. Das ist also wie gesagt der erste und dann haben wir zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Und das würden wir dann auch hier noch einmal machen, abgesehen vom letzten Block hier, das bedeutet, die beiden äußersten Blöcke bleiben jeweils frei. Und hier platzieren wir dann einfach eine Reihe Blöcke, sodass wir dann hier diese neue Ebene bekommen. Und was wir jetzt machen, ist, es hier auch nochmal zu umranden, das bedeutet, hier auf die Ecke kommt ein Block und dann würden wir hier einmal entlang gehen und das Ganze dann hier einmal komplett entlang einmal umranden. Wenn wir das gemacht haben, sollte das so aussehen und als nächstes nehmen wir dann Wassereimer und platzieren hier vorne einen hin, lassen einen Block frei, platzieren einen weiteren, lassen wieder einen frei und platzieren nochmal Wasser. Und das sorgt jetzt einfach dafür, dass auch hier irgendwelche Items dann eben in diese Richtung hier getrieben werden würden. Als nächstes gehen wir jetzt einmal auf die Seite, die gegenüber von diesem Wasser ist, was wir gerade gebaut haben, das bedeutet, diese Seite hier. Und dann würden wir einmal genau in die Mitte gehen, das bedeutet, zu diesem Block hier und nicht direkt da drunter stehen, sondern einen Block daneben. Und da würden wir uns jetzt nach oben bauen mit Gerüstblöcken und zwar insgesamt 14 Mal. Den ersten hätten wir jetzt schon, das bedeutet, das hier ist jetzt der zweite, dann hätten wir drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn und vierzehn. Wenn wir jetzt hier oben angekommen sind, nehmen wir uns nochmal unsere Glasblöcke und bauen uns dann in die Richtung vom Wasser. Und zwar insgesamt drei Blöcke, dafür gehen wir dann hier einmal in die Ecke, platzieren den ersten und dann haben wir hier den zweiten und den dritten. Und das würden wir jetzt einmal links und rechts nochmal erweitern, sodass wir eine dreimal drei große Fläche dann hier bekommen. Das bedeutet, das sollte bei euch so aussehen. Als nächstes würden wir dann hier zwei temporäre Blöcke platzieren, das kann alles sein. Und dann würden wir da oben drauf nochmal einen Glasblock setzen und hier entfernen wir dann wieder die temporären Blöcke. Und dann würden wir nochmal eine weitere Plattform hier hinsetzen, die also genau über der ersten Plattform ist. Das sollte bei euch dann so aussehen. Das nächste, was wir jetzt tun, ist es hier nochmal reinzugehen und jetzt platzieren wir hier um uns herum einmal Rüstungsständer. Das bedeutet, hier kommt einer hin, denn hier in die Ecken jeweils nochmal und auch hier vorne, beziehungsweise dann auch in diesen Ecken hier. Und die werden später nämlich die Projektile von den Schalkern abfangen und man selber würde hier in der Mitte stehen. Das bedeutet, man bekommt jetzt keinen Schaden oder sowas. Und gleichzeitig würden sie trotzdem versuchen, eine anzugreifen, weil sie einen trotzdem sehen. Und dadurch würde dann die Farm funktionieren. Das nächste, was wir jetzt machen, ist es noch einmal hier auf die Oberseite zu gehen und hier vorne nochmal zwei Baublöcke zu platzieren. Also hier vorne, hier kommen zwei Stück hin und die würden wir jetzt einmal umranden und zwar mit Knöpfen. Einmal auf dieser Seite, auf dieser Seite und auch auf dieser Seite. Die Unterseite lassen wir frei, da könnten eventuell neue Schalker sich hin teleportieren. Und diese Seite lassen wir auch noch kurz frei. Hier müssen nämlich jetzt vier temporäre Blöcke wieder hin. Also zum Beispiel dort, da machen wir hier ein, zwei, drei und vier. Und hier vorne kommt nämlich das gleiche nochmal hin. Das bedeutet auch wieder zwei Blöcke, die wir dann einmal umranden, wo wir allerdings die Unterseite dann freilassen. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir diesen Block hier abbauen und hier einen Knopf setzen. Und dann können wir auch die anderen entfernen und dann auch hier vorne nochmal einen Knopf setzen, sodass wirklich nur die Unterseite von diesen Blöcken jetzt noch frei ist, damit sich die Schalker dahin teleportieren können. Und damit ist die Farm an sich jetzt auch fertig. Alles, was wir jetzt auch tun müssen, ist es hier zwei Schalker herzubringen. Und das zeige ich euch auch einmal, wie das geht, wobei ich dazu auch schon mal ein ausführliches Tutorial gemacht habe. Falls euch das jetzt also nicht ausreicht und ihr noch mehr Methoden sehen möchtet, dann verlinke ich euch das auch mal in der Beschreibung. Was wir eigentlich dafür machen müssen, ist es hier vorne einmal einen Block zu platzieren. Und dann muss hier vorne eine weitere Reihe Blöcke hin, die einfach nach unten geht, beziehungsweise muss jetzt hier eigentlich nur eine Minecart-Strecke hin. Das bedeutet, in diesem Fall würden wir jetzt einfach einmal bis dahinten zur Endcity einfach eine Minecart-Strecke bauen. So könnte die Minecart-Strecke dann ungefähr bei euch aussehen. Das bedeutet, wir haben hier einfach eine ganz lange Linie bis zur Endcity. Zwischendurch kann man dann auch immer wieder Antriebsschienen platzieren. Dadurch kriegt man dann ein bisschen mehr Schwung. Allerdings sollte das in diesem Fall ausreichen. Was ich dann auch noch sehr wichtig finde, ist, dass man am Ende hier dann nochmal eine Antriebsschiene hat, die nicht gepowert ist, also quasi eine Bremse. Das wird nämlich einfach dafür sorgen, dass das Minecart dann auch hier stehen bleibt und nicht gegen diesen Block geht und dann wieder zurück. Das wäre ein bisschen nervig. Und was wir jetzt nochmal machen, ist es einmal hier dieses Gerüst hochzuklettern und hier vorne jetzt nochmal zwei Knöpfe zu platzieren. Die kommen später dann wieder weg. Allerdings jetzt erstmal müssen sie hier sein. Und was wir jetzt machen, ist es einfach wieder zur Endcity zu gehen. Hier in der Endcity gibt es ja jetzt überall Schalker. Das bedeutet, die können hier überall auftauchen. Da vorne hätten wir zum Beispiel auch noch einen. Und was wir dann nämlich machen, ist es, dass wir die Minecart-Strecke einfach einmal bis zu diesem Schalker legen und dann an ihm vorbeigehen lassen. Das ist im Survival natürlich ein bisschen nerviger als im Kreativmodus, aber wie gesagt, habe ich da sonst auch noch ein Tutorial zu. Und was wir dann machen, ist es, wir lassen einfach das Minecart direkt an dem Schalker vorbeifahren. Das wird nämlich dafür sorgen, dass er quasi eingeladen wird oder selber einsteigt. Und dann hat er eigentlich auch genug Schwung, um dann am Ende bei der Farm auch anzukommen. Wenn der Schalker jetzt bei der Farm angekommen ist, sollte das so aussehen. Und das nächste, was wir jetzt tun, ist einmal das Minecart von dem zu zerstören und auch diesen Block hier zu entfernen. Jetzt steht er nämlich theoretisch auch auf einer Schiene. Wenn er sich öffnet, sieht man das. Und das möchte er nicht. Er möchte ja an einem ganz normalen Block sein und nicht auf Glas, auf einer Schiene oder auf Knöpfen. Und deswegen versucht er sich jetzt bald hier wegzuteleportieren. Allerdings sind wir auch sehr weit vom Boden weg. Das bedeutet, die einzigen Blöcke, jetzt hat man es gerade gesehen, die noch frei sind, sind eben diese beiden hier. Das bedeutet, da wird er sich hinsetzen. Und das nächste, was wir jetzt tun, ist es nochmal einen zweiten Schalker genau auf die gleiche Art und Weise zu holen. Weil wir hier nämlich insgesamt zwei davon brauchen. Wenn ich jetzt also auch einen zweiten Schalker geholt habe, dann sollte das Ganze dann so aussehen, dass er dann hier stehen bleibt. Und dann können wir einfach auch hier dieses Minecart einmal schnell entfernen. Und jetzt habt ihr es ganz direkt gesehen, dass er sich denn hierhin teleportiert. Und damit ist die Farm an sich jetzt fertig. Das bedeutet, wir können hier einmal diese Minecart-Strecke komplett abbauen. Wobei ich euch raten würde, sie nicht komplett abzubauen. In diesem Fall ist sie ja relativ lang. Das hier würde schon absolut reichen. Aber falls mal irgendetwas mit der Farm passieren sollte und ihr braucht einen weiteren Schalker, dann kann es praktisch sein, wenn man das eben nicht komplett nochmal neu bauen muss. Um die Farm hier zu benutzen, muss man dann einfach nur die Größblöcke hochklettern und sich dann auf die Plattform stellen. Wobei es noch eine Sache gibt, die wir nochmal schnell machen müssen. Und so gibt es nämlich die Chance, dass sie sich duplizieren. Und das wollen wir auch ausnutzen, indem wir dann hier vorne einmal diese Knöpfe entfernen. Das bedeutet, es könnte jetzt passieren, dass ein dritter Schalker hier entsteht. Und der würde sich dann hier vorne hinstellen, beziehungsweise könnte auch ein vierter nochmal entstehen. Und dadurch würde die Farm nochmal effizienter werden. Man könnte natürlich auch direkt vier hierher bringen. Allerdings ist das so natürlich ein bisschen einfacher. Und wenn man dann hier vorne steht, müsste man einmal kurz in den Survival-Modus gehen. Und wenn man sich jetzt im Survival-Modus hierher stellt, dann würden die Schalker versuchen anzugreifen. Das sieht man jetzt gerade. Allerdings würde der vordere Schalker einmal angegriffen werden. Das sieht man, der wird hier zwischendurch rot. Gleichzeitig würden die Projektile mich auch gar nicht erreichen, weil wir hier eben einen Schutzring aus den Amor-Stands haben. Und ich glaube, man hat gerade gesehen, dass der Schalker auch tatsächlich gestorben ist. Dafür will ich euch das Ganze nochmal im Creative zeigen. Es ist jetzt nämlich so, dass die sich quasi gegenseitig angreifen, beziehungsweise das Projektil eben den ersten angreift. Der wird dadurch dann getötet und die Items würden hier ins Wasser fallen und auch eingesammelt werden, wenn mich nicht alles täuscht. Wir müssen hier jetzt also Items angekommen sein. Genau, wir haben hier die erste Schalker-Hülle schon. Und was nämlich passiert ist, dass die sich gegenseitig angreifen und dann gefarmt werden. Gleichzeitig möchte das Spiel aber eigentlich zwei Schalker hier haben. Es versteht nicht genau, was hier passiert. Und deswegen wird ein zweiter neu gespawnt. Das bedeutet, während der erste tatsächlich gefarmt wird und eigentlich verschwindet und die Items gesammelt werden können, dann entsteht hier tatsächlich ein neuer. Beziehungsweise kann es eben wie gesagt auch passieren, dass ein dritter und vierter hier entstehen, wodurch die Farm effizienter wird. Was man jetzt auch machen könnte, ist es genau das gleiche, was wir hier oben gebaut haben, auch nochmal in die anderen Himmelsrichtungen zu bauen, so dass man quasi hier in der Mitte AFK steht und nicht nur von hier angegriffen wird, sondern auch aus den anderen Himmelsrichtungen. Und dann baut man darunter auch jeweils diese Wasserwege, so dass die Items eingesammelt werden können. Dann ist das Ganze natürlich nochmal doppelt so effizient, beziehungsweise wenn man es überall hinbaut, viermal so effizient. Und damit kann man dann schon wirklich sehr, sehr viele Schalker-Shales bekommen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch soweit gefallen und auch weitergeholfen. Falls ihr bisher geschaut habt, schreibt doch mal Hashtag Schalker in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video.